So, herzlich willkommen zurück, wo haben wir 40k Boltgun, Level 15, die geheime Stahlkammer. Du hast die Xenolager gefunden, pass auf, dass du die vielen Exemplare darin nicht beschädigst. Bei den Heretikern brauchst du so die Vorsicht nicht walten zu lassen. Ups, und gleich mal eins losgefeuert, ja. Level 15, wo haben wir 40k Boltgun. Die geheime Stahlkammer. Okay, wir kommen von dort. Okay, wir kommen. Geheime Stahlkammer. Okay, also es braucht einen Liederschlüssel, wie immer. Oh nein, fucking der Menschen geht es schon wieder. Okay, den roten Schlüssel. Na gut, zumindest haben wir einen. Könnte, könnte, könnte schlechter stehen. Ach, das war schon. Weil nach werfen sind. D ок passou. Und eigentlich ist das fighting gerade beim Spielen. Oh. 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 Ja, fiesen Gegner. Noch eine Tür vor der Hölle, aber da sind doch schon alle tot. Ja, gut. Hä? Hä? Ja, gut. Okay. 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 Jawohl, weh! Ohhhh Götterungsstatus verstorben Stimmt, da konnte man hier schon rauf Das habe ich jetzt gerade anders gemacht Ah ja, da ist noch mehr Rode Tür Oh oh Ich würde jetzt kurz Bilderausfall auf Sorry, ich habe nichts gedrückt Ah ja, dann kommen wir hier gelb Die gelbe Kiechen Da kamen wir rein Hä hä Wie hier, es gibt keinen Double Jumper oben Aber der Key ist oben, ich habe es gerade gesehen Der Key ist da ganz oben Okay Hä Hä, warum sollen denn da Kisten stehen Das geht nicht, ich schwöre es Achso Hä hä Na gut, das war jetzt aber nur wegen der Munition, gell Ja gut, man müsste hier hoch Ich bin sicher, da gibt es einen Durchgang Ich bin sicher, da gibt es einen Durchgang Ich bin sicher, ich bin sicher, ich könnte nie Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich habe es Das ist ein neuer Abschnitt, glaube ich. Das ist ein neuer Abschnitt, das ist ein neuer Abschnitt. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, es reicht jetzt! Ich muss kurz zurücklaufen. 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 Ich muss kurz kurz raugen. Dann denke ich вот Khäosmarin ich noch ein bisschen... ausgedünnt fuck waren doch einige Ambuls ja da is er ja der Hühnerschlängel da is er ja der Hühner so is er ja der Hühnerschlängel so also wir haben jetzt eine Tür auch ahja beste Tür die Kröten die merken mich diese Kröten die merken mich hammer die r r r Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020